Bist du denn für ne Minute? Ich bin einfach so am Carrying gewesen. Das ist so... Ich bin einfach mit 6 MVP´s aus dem Match raus. So, moin Leute. Willkommen zurück zu einem neuen LCS Go-Part. Holy... Alles klar. Mit mich dabei ist der Axel, der LLRZLÖ. Mal wieder. LLRZLÖ. Also die hauen schon... Zelle. Dann ist der Seppel dabei. Der Korczynski ist dabei. Gut, dann sag halt nix. Ja sicher! Ja sicher! Ja, und... The Metal. Metall. Einfach, Axel. LOL. Boah. Also die drücken... Also die drücken schon hardcore, also... Also ich hab jetzt grad eben die ersten zwei, die ich gesehen hab, konnte ich locker mit der Tag fertig machen. Aber dann ging's halt nicht mehr so gut. Also die geben mir so einen Header. Kannst du mir gar nicht glauben, Junge. Ich bin kaum um die Kurve und dann sehen die mich schon und drücken die mir einen Header. Weißt, was ich kacke finde? Dass du als Terror keine 5-7 benutzen kannst. Oh, wie schlimm. Ich liebe die 5-7s. Ja, ich mag die Tag nicht. Die Tag ist so geil! Ist gegen die Tag. Aber die ist mir viel zu unpräzise. Die ist abartig. Aber unpräzise. Die 5-7 ist relativ präzise. Dann drückst du das von der Ende. Aber mit der Tag muss halt umgehen können. Also wo gehen wir hin? Ich nehme immer die P250. Wo gehen wir hin? Das war's. Ah, ich hab gesagt. Ah, lass abieren. Ah, rasch. Werden wir glaube ich nicht gewinnen. Gehe ich auch von aus. Aber das machen wir. Ja. Einer ist glaube ich Treppen. CT spawned glaube ich. Treppen. Oder ist wenn es Richtung Jungle gegangen ist. Loll. Da hat mir vor den Treppen sofort einen Henner gedrückt. Ich rotiere mal wieder zurück. Das ist glaube ich keine gute Idee. Okay, bei links sind welche. Komm, begehe Ehrenmode. Äh, begehe. Hier. Lass Palace einfach campen. Dann rotieren die zur B. Und dann können wir es nochmal auf A versuchen. Ja, dann kommt einer durch Palace. Und Matt und alle weg. Ja. Da ist einer. 2. 3. Bleib einfach stehen Flo. Du darfst dann entlaufen. Tsk. Oh. Hätte der nicht jetzt gemessert, ne? Ich hätte nicht ausgedacht. Hat der super funktioniert, ey. Hey, dann gehen wir B halt. Obola. Oder wir gehen über den Mitte hin. Hallo Team. Auch blöd, oder? Oder Mitte. Oder Short. Können wir probieren. Wir können über Connector laufen. Und hoffen, dass wir nicht gepickt werden. Ja, aber sowieso jetzt schon nicht da. Lauft mal weiter. Lauft mal einfach weiter. Ey, gib mir mit der P90. Hä? Erlebt nur Schaden. 16 in 1. Ja. Ey, Junge. Dieser Foren, ne? Mit seiner M4, Junge. Der gibt mir instant immer einen fucking Headshot, Junge. Alter. Ey, Leute. Ey, Leute. Ey, Leute. Halt den. Ohne Spaß, Mann. Der gibt mir. Das ist echt schön. Warum immer wenn ich mit irgendwelchen Leuten oder Matchspiel, ich hab mindestens einen Hacker im Team. Also im Gegenteam. Ja, wohl gerade so. Ja, ich glaube ja, das ist einfach, Leute sind die besser als du sind oder Smurfen. Junge. Der gibt mir, der gibt mir da echt nicht so sicher. Der gibt mir instant. Naja, aber ich weiß jetzt ein Smurf. Ein Global Smurf, Digga. Der drückt dir ohne Probleme was, weißt du? Der drückt. Wenn du Silber bist, beispielsweise. Und da ist halt ein Global, der Smurf, der fickt dich weg. Und dann kannst du, wenn du Silber bist, dann nix wahrscheinlich auch nur. Pff. Ja, natürlich. Einfluss. Oh fuck. Hinter uns. Ich fühl mich so wegrasiert, ich weiß nicht warum. Die ficken uns, Junge. Kannst du mir erzählen, was du willst, Junge? Ja, ficken tun sie uns. Da hab ich auch nichts gegen gesagt. Aber ich glaub nur, ich bin nur nicht so fang. Lass mal alle A Palace gehen. We must move. Alle über Palace. Ich sag dir, da wird ein A sein. Die guckt auf Palace und hier wird uns ein oder andere ranken. Ja, dann muschen wir einfach nicht. Ja, wir raschen raus, Junge. Einfach rausrennen jetzt. Raus, raus, raus. Out of me. Out of me. Out of me. Out of me. Nix los hier. Fack mich hier keiner. Hinter uns. Oh. Unter Holz. Oh, Mann. Hat ja super funktioniert, Junge. Ich würd sagen, wir spielen einfach mal sehr, sehr langsam. Und lassen die mal pushen. Vielleicht können wir dann irgendwas machen. Ich würd sagen, da wir die Runde eh nicht schafften, würde ich sagen, Street Roulette. Ne? Ja, das können wir auch machen. Hätt ich auch mal voll Bock drauf. Einfach Street Roulette. Einfach so. Weiß ich nicht. So ein Lost in Kauf, der was Street Roulette wieder hat. Muss erst mal reinkommen, ich hab lange nicht mehr. Tipps darauf, dass ich ein neues Faden kurz eingestellt habe. Wenn du hab' ich. Lass' dir mal noch short. Ja, Ty. Browser Placement in seinem Gesicht. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Hinter ihm sind Einschusslöcher. Juckt ihn nicht. Natürlich, woher weiß er das? Naja. Vielleicht ist er wahrscheinlich einfach ein Spot, wo Leute gerne warten und deine Waffe draus kommt. Ne, nicht da. Da auf gar keinen Fall. Weiß ich doch nicht. Weiß nur, wenn du deine Waffe rausguckst. Weil der Gegner sieht mehr als du siehst. Gerade von den Waffen her. Lass' mal nur noch Diegel spielen. Einfach übers ganze Match nur noch Diegel. Lass' mal Street Roulette. Junge, ich sag dir, das wird 16-0. Ja, deswegen. Deswegen machen wir uns jetzt Spaß machen Street Roulette. Weißt du, was Street Roulette ist? Ne. Erzähl's mir. Am... Natürlich. Da hat wer... Durch die Wand. Ist klar. Durch die Wand krieg ich Wallbang Headshot. Alter. Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das, was... Das ist das. Es ist das. Was ist das? B****, Junge, verpiss dich, Junge. Boah, kommt raus, Sprung, ähm, hier 18, ein Palace drin, der ist wieder zurückgelaufen. Von der 18 HP. Ne, der ist hinten lang gelaufen, wieder zurück. Werdet ihr gleich durch die Fenster gepickt, ich weiß es einfach. Wahrscheinlich, ne? Ich hab nur gesehen, dass der Palace zurückgelaufen ist, kein Plan. Dann sag ich, der ist short gegangen. Oh, mein erster Kill, wow. Boah, geil. Moment, das war ja eine Awe, die kann ich auch holen. Digga, hast du da einen PC im Zoo stehen, oder? Ach so, ne, das sind einfach nur Wernzettig, ja. So, wirst du jemanden eine Awe haben? Ich hab mir grad mal so das Streetrunner angeguckt. Wirst du jemanden eine Awe haben, hab ich angehört. Bin kurz raus getappt. Alles klar, Henny, eskalier. Die haben Feuer gemacht. Nee. Bitte hinter uns aufpassen, weil die wahrscheinlich da kommen werden. Ja. Weißt du, wie denn nur... Der hat wieder nur mich im Auge. Warum? Jedes Mal mich. 3 HP, Junge. Lol. Oppala. Einer ist bei dieser komischen Wand bei B hinten und einer ist bei diesem Van vorne und guckt auf Palace drauf. Hallo. Kann man aber catchen. Hast du die... Hast du wirklich 1,70 Euro ausgegeben, um die Khalil umzubenennen? 2 Euro, ja. Äh, äh, hä? Ich lauf ihm ins Crosshair rein. Ach, bitte, könnt ihr da mal die Fresse halten? Ja, der hat euch mal weggefickt, würde ich sagen. Wir müssten... Wir müssten... Wo hat der mich jetzt gekillt, Junge? Woher weiß er das, dass ich da... Ja, ist klar, Junge. Leck mich doch, Junge, Diagonale, Junge. Werden jetzt gemeldet, ist mir scheißegal, Junge. Hier. Da melden einfach alle. Ja, Junge. In jedem Match, Alter. In so ziemlich jedem Match meldest du die Gegner. Nee. Das ist so... Wenn fast jeder Mensch doch in 2 vor 3 Matches, die ich mit ihr gespielt habe, hast du immer gesagt, die hacken doch. Ja, Junge. In 2 vor 3 Matches. Es ist doch auch nicht normal, Junge, was die machen. Wird mir leider. Kannst du mir erzählen. Wahrscheinlich einer hackt, der callt halt den anderen. Wäre jetzt meine Vermutung. Nichts Smurfen, Junge. Das sind Schwuchtelpisser. Aha! Crosshair placement for the win. Meiner Meinung nach sollte Smurfen noch verboten sein. Ja, wie willst du das machen? Das ist ja auch schwachsinnig. Du machst den anderen nur schwer, besser zu werden. Exakt. Und die können... Ganz ehrlich, die können sich ihr Ranksystem in den Arsch schieben, wenn alle nur rumsmurfen was bringt. Ich gar nicht. Und ein Treppelings. Lass mal den Foren reporten. Das ist einfach nicht mehr normal, was der abzieht. Ganz ehrlich, Luzio, da kannst du auch nichts mehr sagen. 17 zu 1. Ja. Könnte aber auch ein guter Smurf sein. Ich mein, Global, da haben wir halt keine Chance gegen, ne? Das ist nun mal so. Würde ich nicht so verallgemeinern. Haltet doch mal bitte die Fresse, Mann. Ist das denn so schwer immer? Wie ein Wasserfall, babbeln sie immer hier. Schade. Wir müssten eigentlich Office spielen. Dann gewinnen. Ich hab jetzt alleine drei Leute geholt, ja? Und ihr kriegt's nicht geschissen. Ich bin stolz auf dich. Das ist das, was du hören willst? Und dass du mich anstrengst. Das will ich hören. Und sehen. Ja, ne. Dann müsste ich lügen. Und darauf hab ich keinen Bock. Ich müsste mich anstrengen. Nicht gucken. Da ist mindestens einer im Connector zu A. einer kitchen, kitchen. Ja, einer der defused. Der defused. Ja. Pfff. Weißt du, da kann er jetzt auch nicht viel machen. Der ist aber komplett anders. Bombside. Was soll er da machen? Gleich dahin rennen? Ja, wenn du, während er defused. Egal welche, was er hätte. Junge, wir haben geplantet. Und dann hättet ihr gleich hinrennen können, sollen, müssen. Warum spielen wir überhaupt ernsthaft? Ich weiß ja nicht. Wir können ja auch schütteln. Ich hab die Seite schon auf. Whenever you kill, whenever you get a kill, you must warp guns with a teammate. Pixel, du bist blau, ne? Ja, okay. Natürlich schon da. Enter. Enter. Und im Weinkeller waren sie zuletzt. Im unmittelten Pass. Oben bei dir. Helles. Oben. Terrorist win. So, wer will die AWD geben? AVE. Mal Mitte picken. BAY. 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 Ich seh nicht so, wie du dich umdrehst. Willst du haben? Nee. Pfff. Halsch. Das sah halt so gut aus, klar. Da muss ich die ganze Zeit nicht dazu geben. Oh, sorry. Ja, dankeschön. Hier, komm. Push mal. Hier. Oh, fuck. Ende. Da ist jemand von unten, Mitte. 53 in 3. Ich hab halt Väter nebengezählt. Ich im Niveau, die abonniert. Wo? Warum gibt's hier nicht wie bei Titan vor so eine Pistole mit Auto-Aim? Weil das von so Schmocks gespielt wird, die einfach nichts können. Ja und? Passt doch zu mir. Da ist doch echt, da musst du leider mal stehen. Du bist so ein richtiges Lauchkind, weißt du das? Ähm, jetzt mit der Smart ist sie durch die Gäste freut sich. Lega, wir müssten eigentlich entfernen, weil es nen Special-Tactic. Aha, die wird gegen die Leute auch sicher funktionieren, einfach weil sie so blöd ist, dass sie nicht damit rechnen. Oh, einer da. Äh, einer ist B-Short. Einer ist Palace gewesen. B-Short hat mich gefegt. Ab ihn. Nice. 4-13, wow. Digger. Ah, ich bin so blöd. Minus 20. kurz. Hmph! ich muss mich an der belüftung meines computers echt mal arbeiten ich merke warme luft die zu mir fliegt wenn ich das wüsste könnte ich dir das sagen ich habe keinen plan warum ich habe nicht mal den seitendeckel drauf damit es halt immer schön kühler bleibt vielleicht sollte ich mal das fenster machen damit die kohle kühle luft kohle kohle luft ja genau deswegen stehe ich hier ich mach mal kurz mein fenster auf und vorhin pickt mich schon wieder ist er bei dir oder bei mir ich kann fast nicht glauben dass er plötzlich so warm wird warum wird das warm die grafikkarte ist auch mega warm habe ich gerade extra mal gefühlt aber sonst nicht die lüfter dreht komplett auf aber 100 prozent das ist jetzt bin lass es mir neu dass das passiert vor hinten ja ich weiß das ist das wenn das ist das Einer war in der Mitte noch. Wahrscheinlich lang oder da hinten rechts von Meike, würde ich mal schätzen. Rechts von Meike, würde ich, ja da. Ja, genau. Was soll das denn sein? Ja, das ist so eine Internetseite, die sagt dir dann, da muss ich eine Map aus, ob der du spielst und er sagte, die hat so Taktiken, die du spielen sollst. Ja, B, alle B, alle B. Die werden nicht ernst genommen. Und das heißt, das ist doch kein Ängste, normalerweise dafür, dass du verlierst. Das ist einfach nur ein Spaß zu haben. So als einfach irgendeine sind so scheiße ist. Gerade die aktuelle steht da auf der Seite, das ganze Team muss eine Augenklappe tragen oder ein Auge schließen und dann nach jedem Satz, also dann den Satz immer mit ARR enden. Oder mit einer anderen Piratensprache. Okay. Ich stehe das einfach auf dich, weil du mich abgelenkt hast. Ja, kannst du gerne machen. Und dann kannst du halt immer das, ne? Rerollen. Was? Ein Müll. Ich hoffe, sowieso nicht mehr. Ich versuche, die andere Team zu einer Knife-Round. Wenn sie akzeptieren, dann benutze die Guns, um sie zu töten. Ganz genau. Ich frage einfach mal nach. Knife? Wir rennen mit Messern hin, aber machen sie dann mit den Waffen fertig. Als ob die das machen, Junge. Doch, sie machen es tatsächlich. Awww. Schnalle bei Mom. Awww. Kann man auch mal. Awww. Awww. Ich dachte, nein. Betrauge. Was ist nochmal an alle Chatten Y, oder? Wollte ich nochmal so gesagt haben. Aber hatten wir euch auch Strat-Hunette auf, oder so? Und dann haben wir grad dieselbe Strat, oder so. Und dann lasst wir doch mal verstecken spielen, oder so. Das ist ne geile Idee. Junge. Das ist ne geile Idee. Junge. Irgendwo in der Ecke ein Turm. Wohin gehen wir? Wir machen einen Turm da, wo du willst. Schmerzi. Ich würd sagen, da hinten, wenn da niemand kommt. Das ist immer viel zu schön. Ich hab auch reingezeugt. Beste Technik. Nochmal. Ja, warum nicht? So, nochmal der Smoke. Nochmal Blends. Okay. Auf geht's. Deswegen mag ich's mit dem Gym zu spielen. Der macht jede Scheiße mit dir. Wollen wir uns hier in die Judenecke smoken, oder was? Nein. Wir spielen wieder viel zu aggressiv. Wir gehen jetzt wahrscheinlich alle auf B. Glaube ich auch. Die haben einfach Panik. Piekt mal mit. Ja. B. 41 in 3. Ja, sicher dieser Foren, Junge. Der gibt mir JEEEDES Mal EIN Schuss Header, Junge. Okay, ich hab nen Vorschlag. Raptor, Raptor, Raptor. Ähm, wir gehen jetzt beide auf B. Chillen uns dahin. Smoke und Zeus. Und warten. Okay. Wir werfen noch ne Brandgranate hoch rein. Okay. So. Nehm noch ne Swag7, keine Ahnung. Einfach für Notfall. Das gehen alle zu B. Ja, wir smoken uns einfach alle irgendwo ein. Ich mag mich nicht. Ich mag mich hier hin. Die sind bei Ma. Ich geh mich zu dir. Die sind alle A. Natürlich, ja genau. Klar, Junge. Oh, ist aber auch wahr. Kann ich vielleicht mal langsam rüber gehen? Ja. Lass rüber gehen. Lieber Kitsch. Ich hab jemand gesehen hinter Connector. Oh, der eine. Oh, der eine. Der eine ist da rechts mit CT hier hinten. Der guckt hinter den. Ach, Mann. Ich will nicht gezeust werden. Nein. Nimm ihn. Nein. Irgendjemand hat sie getötet. Flo. Hallo. Was denn? Das war mein schöner Zeisskill. Boah, ne geile Felschen hast du gekriegt, Seppel. Boah. Boah. Luziva. 4 zu 19. Also. Ja, mein eigentlich schätze ich war nur nur sie. Das wären aber eher 0,019 gewesen. Ja, ne. Ich hab ja noch gecampt mit Smokes und Zeugs. Der Junge hat echt 13 Nassist unser Gegner. Oh, kein Daumenk bekommen. Ja, ich muss dann auf. Oh, okay. Ach, selbst was auch schon. Heute Abend noch mal. Tschüüü. User disconnected from your channel. Ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschö.